Laut dem Verkehrsministerium komme die Landesförderung für E-Autos bei Unternehmen gut an und habe im unternehmerischen Alltag den Praxistest bestanden. Dies würden die Abrufzahlen der sogenannten BWE-Gutscheine zeigen. Diese wurden für etwa 1200 Fahrzeuge bisher eingelöst. Für 2019 seien nun noch 300 weitere Gutscheine verfügbar. Bis zu 5000 Euro pro Fahrzeug können derzeit in Anspruch genommen werden. Seit 2017 unterstützt der Gutschein beispielsweise Fahrschulbetriebe, Pflege- und Sozialdienste, Gewerbetreibende mit Lieferverkehr, aber auch kommunale Betriebe.